Ja, moin's meine freshen News und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal, Matsu und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und zwar sind wir hier auf der Mission, wo wir diesen Dampfer hier ausrauben wollen und hier sind viele reiche Leute an Bord, die um, ja ich glaub hier wird gepokert, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, Poker Championship, yo, da wird natürlich viel Kohle am Start sein und wir gehen jetzt mal rauf aufs Schiff und schauen mal, wie wir uns die Kohle holen können. Ich hab letztens extra ne Pause gemacht in der letzten Folge. Hab ich schon. Schraus weiß, wer welches Blatt bekommt, Folge ist eine Anweisung beim Pokern. Setz dich an den Pokertisch, welchen Pokertisch denn? Hier ist kein Platz frei. Guck mal, da ist ein Platz frei. Sonst setz ich mich mal hier mit ran. Ah Mann, hier geht's wenigstens mal um Geld. Beim letzten Mal ging es ja um nix. So, was hab ich hier? J9. Mitgehen. Beziehungsweise, was sag ich schon, Bube 9. Ich würd sagen, ich geh mit. Geh mit. Mitgehen. Die letzten noch mehr, wollen die mich verarschen? Pott 43. Oh, ich hab aber auch am meisten Geld. Ich kann da richtig, richtig mitmachen. Ja, gut. Haben die anderen nur so wenig Geld? Guck mal. Okay, sorry, boys, I'm taking it all. We'll see about that. What? Du bist dran. Puh. Gemeinschaftskarten. Draus. Hm, wo ist Draus? Ne, er schüttet mit dem Kopf. Naja, ich bin raus. Ich denke, ich warte, um dieses Seat zu ein bisschen zu warmen. Ich dachte so viel. Vielleicht solltest du noch einen Drink haben, Herr Callahan. Hier geht's dann. Na ja, nur einer kann gewinnen. Wenn die jetzt alles setzen, dann ist gleich nur noch einer da, mit dem ich spiele. Guck mal, hätte mir auch nichts gebracht. Hätte mir nichts gebracht. Guck mal, gentlemen. Ich denke, es ist nur du und ich, mein Freund. Ja, es ist. Time zu sehen, ob du wirklich der Mann, du denkst, du bist. Gleichfalls, Herr Blyde. Also, was ist das für dich, Herr Callahan? Ich bin der Ölmann, für mich. Wunderbar, ich habe nicht gehört von dir. Oh, du wirst. Ich habe ein Damenpärchen direkt. Also, da wollte ich erstmal nicht überlegen. Mal gucken, was Strauss sagt. Aber so oder so, egal was er sagt. Ich meine, ganz ehrlich. Ja, er nickt. Ähm, ich muss sowieso, weil ich habe eine super Hand. Zweimal Kühne, äh, zweimal Dame. Okay. Ist jetzt nicht so geil. Mal gucken, was Strauss sagt. Er sagt, weiter, geh mit, okay. Mitgehen. Okay, er... Noch sieht das nicht viel gut aus. Ach, gewonnen. Sauber. Schiff. Schiff. Ich glaube, mein Glück hat er. Sie sind fertig. Du hast es fertig? Bust. Oder du hast was anderes zu spielen. Das bedeutet... Ich habe gehört... Ich habe gehört, dass es ein paar Klassen auf dem Böden gibt. Vielleicht ist das nicht du. Keine Ahnung. Schau, du in die Höhle. Bist du... Oh. Boa. Ich habe einen Schuch. Schau, dich. Okay, jetzt hat er wieder. Jetzt hat er wieder volle Taschen. Boah, Digga, was habe ich denn für Glück? Sind das zwei Könige? Wuh! Tschüss! Okay, ich gehe weiter rein. Muss alles setzen. Ich habe zwei Könige, Mann. Was soll ich machen? Zwei Könige, das ist das zweitbeste Blatt, was man vom Start an haben kann. Okay, er hat gewonnen. Sorry, ich dachte, ich habe verkackt, ehrlich gesagt. Ich habe mit irgendwas gewonnen, was ich selber nicht erkannt hätte. Er hatte drei Asse einfach. Leute, wir haben mal eben schnell 800 Dollar gemacht. Das ist mal eben unser Pferd. Also ich will Glücksspiel nicht verherrlichen. Absolut nicht, Leute, wirklich. Das ist kein guter Zeitvertreib, Leute. Weil im Endeffekt, die Bank gewinnt immer. Ihr könnt nur verlieren. Aber ich habe ein Spiel jetzt auf jeden Fall gut gewonnen. Aber ich glaube, das Spiel war auch so vorgegeben. Ich glaube, das Spiel hat das auch so vorgegeben, dass wir hier gewinnen sollten. Weil ganz ehrlich, was war das denn bitte? Er hat zwei Asse. Ich habe zwei Könige. Der Typ nickt. Herr Strauss nickt, obwohl er zwei Asse hat. Ich meine, zwei Asse, da geht man nicht mit. Eigentlich, wenn man weiß, dass der Gegner zwei Asse hat. Ich bin mal gespannt auf die wunderschöne Uhr, die ich jetzt hier gewonnen habe. Oder ob das hier irgendwie eine Verarsche ist. So viel Revolver. Okay, den nehme ich mal mit. Hä? Ja, ich kann sie nicht nehmen. Ich kann die Waffe nicht nehmen. Was soll ich sagen? Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie nicht aufnehmen, Leute. Es ist kein Spaß. Und gleich ist die Mission gescheitert, weil ich die Waffe nicht aufnehmen kann. Ja. Digga, wenn ich die Waffe nicht nehmen kann? Was soll ich machen? Tut mir leid, aber... Jetzt gibt es so manche Stellen, da ist das Game halt echt buggy. So, ähm... Ja. Solche Stellen wie diese hier. Weil das ist halt einfach komplett sinnfrei gewesen, dass ich die Waffe nicht nehmen kann. Ich stehe direkt über ihm und kann die Waffe nicht nehmen. Ich habe gesehen, wie ich über den rüber gelaufen bin und trotzdem kann ich die Waffe einfach nicht nehmen. Was für ein Schwachsinn. Jetzt gib mir die Waffe. Ach so, ich soll seine Waffe nehmen. Oh, oh, mein Fehler. Ja gut, das habe ich eben falsch verstanden. Dann ist es mein Fehler. Ja, dass ich die Waffe nicht noch nehmen kann, weil ganz ehrlich, das wäre doch besser. So, dann plündern wir mal den Kahn. Oh, shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe, let's get out of here. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Das müssten die doch gehört haben. Oh, mal gucken, wie viel es hier zu holen gibt. Oh, mal gucken, wie viel es hier zu holen gibt. Oh, shit, let's get out of here. Come on. Let's go meet the other side. War das schon alles? Das war schon alles, okay. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Wir haben das jetzt immer noch nicht gesehen, ob oder wie viel wir hier geraubt haben. Ich kann auch nicht mehr mitnehmen, leider. So, dann folge ich mal meinem. Ja, ich kann nicht mehr mitnehmen, aber ich kann nicht mehr mitnehmen. Und, wie genau sind wir hier rausgekommen? Ich bin nicht sicher. Das ist das, was passiert, wenn du Trelawney in charge of planten. Oh, gar nicht mehr Fleisch. Wahrscheinlich, das betrifft uns, sich als Dänzungs-Gerl. Und die Kahn-Kahn aus der Seite. Nice uniform, by the way. Danke. Vielleicht geh ich einfach wieder an den Pokertisch und versuch nochmal ein bisschen Kohle zu machen. Wir gehen mal an die Bar zu Trelawney. Jetzt geht's ab, Leute! Schuss! Ah! Den habe ich so eingegeben. Oh! We need to get out of here. How do I suggest? I don't know. This ain't my show. Silly me. I think I got to bring my gondola. You don't. What are you doing back there? Barger, come on. We gotta go. That was close. Let's get out of here. Are you coming? Let's go. Damn it. We gotta go. Come on. What about the other case? Oh, wir schwimmen. Schwimmen jetzt echt am Land. Ich glaub, das so ne gute Idee ist. Ganz ehrlich, ich glaub, das hätte mehr Sinn gemacht, wenn wir einfach alle auf dem Schiff erlegt hätten und uns noch die restlichen Sachen oder Nagel gerissen hätten, als Ziel zu schwimmen. Ja, das ist eine Art von Schiff. Ja, das ist eine Art von Schiff. Also, wie viel wir bekommen haben? Ein paar Tausend, ich glaube. Pretty gut. Ja, das ist wahr. Und diese Beine. Apparently, es ist wertvoll. Ein paar Swiss. Ein Reutlinger oder so? Nice Beine. Ja, es ist ein Reutlinger, all right. Wir geben sie zurück. All right, come on. Let's get out of here. Es war weniger an Port, als ich jetzt gedacht und erhofft hätte, ehrlich gesagt. Aber mal gucken, wie viel wir von der Beute im Endeffekt bekommen, weil ich meine, alleine schon bei dem Poker-Spiel haben wir ja 800 plus gemacht. Also 800 verdient. Tagebucheintrag? Nein, kein Tagebucheintrag. Doch, war ganz gut. 750 kann man mal eben mitnehmen. So, und wir haben noch die Uhr, die wir verkaufen können. Gewinne das Poker-Spiel ohne Strauß Hilfe. Oh, ja gut. Die habe ich auf jeden Fall in Anspruch genommen. Fliehe innerhalb von 35,5, nachdem deine Deckung geplatzt ist. Ja gut. Dann eine 5... Sorry, aber... Jawohl. Ich habe doch jedem Kopfschüsse verpasst, nur. Also die Aufgabe habe ich ja wohl, nur so ein Ab-Ohne-Gesundheits-Gegenstände zu benutzen. Achso. Ja, weil ich oben das eine Mal nicht gecheckt habe, wen ich die Waffe wegnehmen soll. Welche Waffe ich nehmen soll. Deswegen habe ich quasi, weil wir gestorben sind, beziehungsweise aufgeflogen sind, Gesundheits-Gegenstände verbraucht. Ja, ähm, direkt hier vorne ist Mary. Von dem her machen wir jetzt die Mary-Mission. Die ist hier nämlich in dem Hotel. Und ich würde sagen, wir gehen es an. Arthur! Arthur! Up here! You came! Yeah. I came. So, äh, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. Ist zwar ein Nebenquest, aber das ist der einzige Nebenquest, der mich interessiert. Den will ich machen, weil das ist ja seine Geliebte. Wir hatten ja schon die erste Mission, also wir hatten ja schon eine Mission, wo sie da war. Arthur! Hallo, Mary. You came. Sure. Whenever you call from me, I come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than, than... Than me? Than the choices you make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... It's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. Sorry. I am... I should have asked someone else, but... But I'm the best guy you know with frightening decent people. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Yeah, I know. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so long ago, far away now. Will you help me try to save daddy? Yep. Come along, Dan. Where we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur. You know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy roddy. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to daddy? Leave daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... Well... I don't know. I don't know. Vielleicht wird er ja im Laufe des Spiels noch was draus. Und deswegen mache ich diese Missionen auch. Wäre ja ganz cool, wenn er doch jemanden finden würde, oder? Ich würde es ihm gönnen, dem netten Arthur. Und ihr? Was meint ihr? Bestimmt haben wir sie nur wieder klar gemacht, weil wir so ein schönes Pferd haben. Quasi den Royce Royce hier. Hier ist die Scheune. Hier kauft man Pferde. Ja. Let me go in and see what kind of a state he's in. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. We can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on the lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. I'll make my apologies to the lady at your corner. I didn't mean nothing. Then, so to me. My apology accepted. Oh, wait, right. I have half a mind to kill you myself. Daddy. No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy. Tired and unwell. I'm no such thing. You get away from me. You head home. I insist on it. Leave me be. Damn. Muisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur. He's up to no good. We better follow him. Mm-hmm. Okay. Okay. Dann folgen wir dem Saufburschen mal, dem alten Trunken, dem alten Trunkenbold. This way. Alter Abstand, sonst wirst du entdeckt, okay? Dann gehen wir einfach nur so hinterher. Erstmal kotzen jetzt, oder? You can see why... Wait, Arthur. Any closer than his spot is. We'll just follow the smell. Arthur, come on. He just went between those crates. Come here. Quick. Mind where you go. Mind where you go. Sorry? Do you think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing. I'll wipe that goddamn smirk clean off your face. Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! He's heading across the road. Nope. This is kind of fun. Shh. He'll hear you. You could have cleaned yourself up a bit. I didn't realize I was here to impress anyone. Wieso? Ich bin noch gewaschen. He just went left down that alleyway. What's he doing? Ach so, nee. Wir waren ja gerade erst baden. Don't say I'll never show you a good time. I'm just glad you're here. No. Come on. Come on. Come on. Was macht er? Was denkst du, er macht er? Er ist entzündet für eine Frau von falschen Moralen. Er versucht, etwas zu verkaufen. Also, Hashton, hast du das Geld? Er scheint, er verkaufen etwas. Hast du das Brot, Herr Gillis? Ja? Ja. Hier ist das Geld. Das ist schön. Das war eine Mutter. Nicht mehr, Herr Gillis. Enjoy das Geld. Und wenn du mehr brauchst, kann ich dir ein Geld an, bei einer sehr rechtfertigen Zeit. Nein, danke. Ich habe gehört, was passiert mit Leuten, die von dir nehmen. Es ist nicht ein Geld zu verkaufen. Es ist nur ein Brot, zumindest er hat er sich nicht getötet. Du verstehst? Meine Mutter hat es mir verlassen. Du hast meine Brot? Wie kannst du das? Du? Das ist ein Geld. Oh, das ist ein Geld. Ich sehe, du hast wieder dein Geld gefunden. Hallo, Herr. Du bist gut? Dad, wie kannst du das? Mary, warte hier. Ich werde den Brot holen. Du hast niemanden, Arthur. Er wird wahrscheinlich jemanden töten. Oh, wenn du möchtest. Huch. Kleiner... Kleiner Unfall. Falscher Weg. Hey! You! Ashton! Hold her right there! Goddammit! Hey! Stop that coach! Loaf! Forest! Loaf! Put him out. Komm her! Warum hört er nicht auf mich? Ach so, das ist mein neues Pferd. Das ist auch nicht so. Das hört noch nicht so gut auf mich. Ich werde zwar jetzt auch weiter hinterher sprinten können, aber... Aber ich glaube, mit dem Pferd wird das eher was. Hey, also die schnell. Ich habe mein neues Power Pferd dabei. Und trotzdem komme ich nicht richtig hinterher. Ich fahre zu einer abgelegenen Stelle. Ich fahre zu einer abgelegenen Stelle. Was? Das machen wir doch glatt. Dann kümmern wir uns gleich mal darum, hier die Brosche rauszuholen. Das ist verrückt! Das ist verrückt! Ich will diese Brüche. Es war nicht Gillis, das ist der Schell. Ich kaufe es in Beeren Square. Wie viel hast du für ihn? Ich glaube, ich könnte es dir für 100 Dollar geben. Ja. 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 Die Brosche mal zurück zu Mary. Und ich glaube, damit müsste die Mission dann auch schon fast abgeschlossen sein. Mal gucken, ob aus den beiden... Vielleicht kommt sie ja mal wieder mit in unser Lager. Ich würde es feiern irgendwie, wenn so eine Love Story quasi ein Happy End findet. Wenn sie irgendwie doch sich für unseren Weg entscheidet. Wer ist dein Vater? Ich weiß nicht. Du willst ihn wieder finden? Nicht wirklich. Kommst du einen Weg? Ich ziehe dich an die Trolley. Danke. Okay er bringt sie schon wieder zur Bahn. Ja. Ich hatte dir deine Brüche zurück. Ich werde nicht sagen. Naja, wirklich was Schlimmes hat er ja eigentlich nicht gemacht. Wir haben ihn ja nur eine reingehauen. Annehmen. Ich bin ja auch, Arthur. Wir gehen zum Relue. Sie haben die strangeste Ärzte. Strangest, ich kann das. Das ist die normalen Bühne der Leben. Ich kann nicht auf den Griff. Du und ich beide, Arthur. Oh, ich vermiss dich. Nicht beginnen. Du bist ein Idiot. Aber du wird immer mein Freund sein. Natürlich bin ich dein Freund. Aber du bist immer mit mir nicht fair. Wenn ich ehrlich bin mit dir und eine gute Person habe, hätte ich dich ein lange Zeit verhauen. Na, das ist wahr. So, shut up and act like a gentleman. Or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Laney. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? Dann gehen wir mal das erste Mal hier ins Theater. Mal gucken, was wir hier so zu sehen bekommen. Theater verlassen? Wieso? So. Ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle eine kleine Pause, Leute. Oder? Ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause an der Stelle, Leute. Wir machen an der nächsten Folge weiter. Bis dahin, Leute. Bleibt stabil. Haut da rein. Und vergesst nicht ein Abo, ein Like und ein Daumen nach oben. Ein Abo, ein Like und ein Daumen nach oben. Ja, wahrscheinlich beides. Und, ähm, ja, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und jeden Tag um 15 Uhr kommt eine weitere Folge Red Dead Redemption 2, Leute. Vergesst das nicht. Bis dahin, Leute. Bleibt stabil. Haut da rein. Ciao. Ciao.